Heute zeige ich dir, wie du dein Smartphone als Webcam für deinen PC nutzen kannst, zum Beispiel für deine Videokonferenzen mit Zoom oder Microsoft Teams. Vielleicht fragst du dich zuerst einmal, warum sollte ich denn überhaupt mein Smartphone als Webcam benutzen, wenn ich schon eine Webcam habe? Da die meisten Kameras in den neueren Handymodellen ziemlich leistungsfähig sind, haben sie heute oft ein besseres Bild als so eine integrierte Standard-Webcam, wie ich sie und du vielleicht auch an einem Laptop hast. Und es gibt noch eine zweite Einsatzmöglichkeit. Du kannst dein Smartphone als Dokumentenkamera verwenden, indem du es einfach auf einem Stativ befestigst und dann beim Präsentieren verwendest. Los geht's! Um mein Smartphone als Webcam zu benutzen, installiere ich zwei Apps. Eine auf meinem PC und dann eine auf meinem Smartphone. Ich benutze hier einen Windows-Rechner und ein iPhone, aber das Ganze geht auch mit einem Mac- oder Linux-Betriebssystem und auch mit einem Android-Smartphone. Die App, die ich auf PC und Smartphone installieren muss, nennt sich Eerion und du findest sie unter erion.com. Ein großer Vorteil der App ist, dass sie komplett kostenlos ist und dennoch alles mitbringt, was du benötigst, um dein Smartphone zur Webcam zu machen. Bei anderen Apps hat man zum Beispiel oft eine Beschränkung bei der Auflösung. Das ist bei Eerion nicht der Fall. Ich lade jetzt zunächst die Eerion-App für Windows herunter und installiere sie. Die App gibt es aber, wie gesagt, auch für macOS oder das Ubuntu-Betriebssystem. Ich verwende Windows, also klicke ich auf Webcam for Windows. Dann startet direkt der Download. Wenn die Datei heruntergeladen ist, klicke ich darauf und installiere das Programm. Dazu muss ich zuerst die Lizenzvereinbarung akzeptieren und dann den Installationspfad bestimmen. Hier nehme ich einfach das Standardverzeichnis. Jetzt kann ich das Programm installieren und ich werde auch gleich gefragt, ob ich das Programm starten möchte. Ja, das möchte ich. Natürlich fehlt jetzt noch das Signal vom Smartphone, denn ich habe die App noch nicht auf meinem iPhone installiert. Ich wechsle also zu meinem Telefon und installiere dort die Eerion-App. Die App gibt es, wie gesagt, auch für Android-Handys. Am schnellsten geht es mit dem iPhone, wenn ich Eerion im Suchfeld eintippe. Dann merkt das Smartphone, dass es eine App mit diesem Namen gibt und ich komme mit einmal antippen direkt dorthin. Jetzt lade ich die Eerion-Handy-App herunter. Das dauert einen kurzen Moment und ich starte sie. Jetzt werde ich noch gefragt, ob ich der App gestatte, die Kamera zu benutzen. Da sage ich Ja und ich werde auch gefragt, ob ich das Mikrofon freigeben will. Da sage ich Nein, denn ich möchte ja lediglich das Bild verwenden. Wenn du natürlich auch den Ton über dein Smartphone-Mikrofon nutzen willst, dann kannst du hier auch mit Ja antworten. Wenn ich jetzt die App öffne, kommt direkt das Bild von meinem Smartphone. Es gibt ein paar wenige Einstellungen, die ich vornehmen kann. Hier habe ich die nach vorn gerichtete Kamera und ich kann auf die nach hinten gerichtete Kamera umschalten. Außerdem kann ich hier die Taschenlampe meines Smartphones ein- und ausschalten und ich kann das Bild spiegeln, wenn ich möchte. Das sind auch schon alle Einstellungen. Nicht viel, aber eben alles, was man benötigt. So, nun habe ich beide Apps installiert und es kann losgehen. Ich sehe jetzt direkt, dass mein Handybild auf den PC übertragen wird. Dazu noch ein wichtiger Punkt. Das Ganze funktioniert nur, wenn der Computer und das Smartphone im selben WLAN-Netzwerk eingeloggt sind. Sonst kannst du dein Bild nicht vom Smartphone auf den Computer übertragen. So, jetzt kann ich hier noch die Auflösung wählen, mit der ich das Bild vom Smartphone übertragen möchte. Hier ist mein Tipp, es einfach auf automatisch stehen zu lassen. Dann wählt die App automatisch die beste Auflösung, also die höchstmögliche Auflösung, ohne dass eine Latenz, das heißt eine Verzögerung bei der Übertragung, auftritt. Also am besten kümmerst du dich gar nicht hier um die Auflösung und lässt es auch automatisch, außer natürlich, du hast da ganz spezielle Vorgaben. Und hier ist übrigens der Punkt, bei dem sich die IRION-App sehr positiv von anderen Apps dieser Art abhebt. Denn bei anderen Apps sind die höheren Auflösungen meistens gesperrt und man muss bezahlen, um sie freizuschalten. Das ist bei dieser App nicht der Fall. Du siehst, ich kann hier bis 3840x2160 Pixel Auflösung gehen. Und um meine Handykamera jetzt für Meetings zu nutzen, ich zeige dir das jetzt mal am Beispiel in Zoom. Dafür muss ich nur hier bei dem Kamerasymbol die richtige Kamera auswählen, nämlich IRION und schon sieht man das Bild von meinem Smartphone hier. Das Ganze geht jetzt nicht nur mit Zoom. Ich kann die Kamera auch in Microsoft Teams auswählen oder in Google Meet oder auch in meinem Aufnahmeprogramm für meine Videos. Das Programm nennt sich OBS. Prinzipiell kannst du dieses Kamerasignal von deinem Smartphone jetzt in jedem Programm verwenden, in welchem du ein Kamerasignal einbinden kannst. Und das Schöne ist eben, dass ich erstens ein besseres Bild habe als mit meiner Standard-Webcam. Und zweitens kann ich die Kamera eben frei bewegen, da die Verbindung kabellos ist. Jetzt weißt du, wie du ganz einfach dein Smartphone als Webcam für deinen Computer nutzen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch von dir. Wenn du noch mehr Videos wie dieses sehen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal oder klicke auf das vorgeschlagene Video nebenan. Bleib gesund und bis zum nächsten Video. Dein David von Neumann Digital.